hallo ihr lieben und einen wunderschönen dienstagabend wünsche ich so das immer wieder geht wieder weiter und bevor wir uns aber hier weiter verlustigen würde ich sagen wir schauen mal an was wir uns jetzt eigentlich hier noch schön fürs kloster einverleiben können wir mit 28 punkte 28 ist jetzt noch nicht so viel ich würde sagen wir schicken gleich mal die frau sonnenschein wieder los dass wir beim klerus noch mal was absamen er absahnen so so also wir haben einmal die bienenzucht wir haben den kreuzgang eine steinkirche ja aber es kostet alles immer nicht gerade wenig einfaches kloster große einfache kapitelsaal kleine einfache kapitel sein einfachen gang wie gefällt eigentlich der stil den wir jetzt gerade haben gefällt mir eigentlich sehr gut schatz kann man ja warum ist fest weil wir so wie ein einfacher brunnen einfach so das können wir später mal machen dann haben wir die klösterliche weinherstellung die glas malerei kostet 25 punkte genauso ja jetzt wird es noch teurer jubi du die ballwerk kirche okay 15 mama jetzt was machen wir da was machen wir nur da was nehmen jetzt ich würde fast sagen wir nehmen einmal hier den baustil einfaches kloster ähm und die bienenzucht nehmen wir mal mit dazu oder machen wir erst die steinkirche modernisieren oben die ganzen kirchen ja komm mal so machen wir so gut jetzt haben wir keine punkte mehr können auch nichts mehr leisten okay ja ist halt so ne ich habe fast die befürchte wir müssen uns noch ausdehnen mit dem kloster zumindest was die bienenzucht angeht müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen weil ich würde das schon ganz gerne eher so in einem waldgebiet integrieren vielleicht da hinten raus das wäre auch noch eine möglichkeit das wäre noch eine möglichkeit ja das ginge das ginge hier so eine kleine lichtung wo man dann die bienenstöcke ansiedeln hat sich da eigentlich irgendwas verändert gottesdienst steinkirche okay die haben wir jetzt und meisterwerk haben wir ja das ding so dann müsste man doch eigentlich im prinzip dann und das machen wir ja über das kloster an sich okay gut baumaterial hatte jeffrey wieder gut gehaushaltet monument des glaubens was wollen sie jetzt schon wieder wissen dass ihr in der lage seid steinkirchen zu errichten glaubt der klerus es wäre ein enormes zeichen der hingabe wenn ihr dieses monument für den glauben errichtet gut werden wir machen indem wir die kirche hier wieder abreißen und da eine schöne steinkirchen setzen das machen wir jetzt das machen wir das ist glaube ich eine gute idee das ist nur die frage wenn ich die jetzt hier abreißen ist natürlich auch doof also würden wir aller wahrscheinlichkeit wie schaut es aus territorium ja ich hab's gewusst ich hab's wieder gewusst ich wollte jetzt so ein bisschen in den berg reinsetzen ich möchte schon die kirche hier oben im dorf lassen doch abreißen ganz schnell hinbauen wie viele fassungsvermögen hatten die das ist jetzt natürlich doof das ist doof obwohl die punkte haben ja schon verballert die können uns ja im nahe nicht mehr abgezogen werden das wäre noch was lassen wir mal das territorium schauen das wäre eigentlich cool wenn wir das so in die richtung ausrichten könnten dann haben wir die bergrücken auch schon für was schönes ja komm machen wir es so machen wir es so so also gut fangen wir mal an glaube steinkirche setze ich mal hier so hin so dann gucken wir mal also kirchenschiff steinkapelle so das wäre dann in der richtung hier so hoch gelegen so dann machen wir das mal schön groß alles überragend das ist doch in Ordnung das ist doch in Ordnung vielleicht sogar noch einen Taken höher so jetzt ja das ist gut dann nehmen wir gleich zwei Stück von warum snapst du nicht hallo jetzt so dass wir ein schönes großes Schiff bekommen perfekt perfekt das haben wir aber jetzt muss ich dann wirklich im Jeffrey recht geben jetzt müssen wir mal hier in den Handel kurz reingehen Ressourcen da nehme ich das komplett raus warte mal ich setze es einfach mal auf 60 alles über 60 kann weg so ja so machen wir das alles über 60 kann raus was keine Miete zahlt warte mal ich sollte vielleicht auch mal hier ein bisschen roden so und dann hier ein bisschen Baumentfernung machen einmal einmal hier so in der Mitte durch so dann am Rand entlang so vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so so jetzt das kann auch weg so jetzt zack ok jetzt haben wir Platz jetzt haben wir da glatten Platz so dann brauchen wir noch ein paar Seitenschiffe und sowas mal gucken das würde hier so anditschen und da würde es hier anditschen mal hier hin wo muss ich hin einmal so und einmal direkt gegenüber so ja ist gleich ist gut und was haben wir noch Steinturm die könnte man doch eigentlich hier so vorne hinsetzen geht das wenn ich das mal ausschalte hier so rein so niedriger lassen das kommt gut das kommt gut das kommt gut jetzt muss ich bloß schauen dass ich einigermaßen gleich bin ok jetzt ich glaube das kann man so lassen oder Tacken noch nach vorne so so ist in Ordnung dann noch ein Stück weit darüber jetzt jetzt passt es so kannst du es lassen ok dann haben wir das dann haben wir das dann brauchen wir natürlich Türme zum Läuten ganz wichtig gucken wir mal was haben wir denn ein großer Turm ist immer gut setzen wir uns mal einen hier hin dann haben wir bestimmt irgendwo ein Kreuz rumlungern da passt dann hier so reingeditscht und nach oben gezogen einmal so ja es geht einmal so dann so ist es gleich sieht fast so aus so dann haben wir das das weiter noch zweiten Turm hin oder einen großen hinten warte mal ich habe doch hier hinten noch das runde so passt doch einigermaßen von der Höhe und dann müsste ich doch den Turm so hinsetzen snap mal bitte in der Mitte warte mal ich ziehe den mal gleich höher so jetzt jetzt passt es jetzt passt es jetzt wird es imposant das ist gut das ist gut jawohl jawohl machen wir nur Stein machen wir farbig machen wir rot machen wir rot aber ein Stein war es auch nicht schlecht oder machen wir so gut dann habe ich noch eine Tür eine recht simpel gehaltene Tür ist aber in Ordnung und das schaut doch ganz gut aus das schaut doch ganz gut aus okay so weit so gut ja ich würde sagen das dauert jetzt sowieso ewig bis das fertig ist das lassen wir so oder vielleicht hier vorne noch das ist so ein Ding das snappt ein bisschen komisch ne ne gut riesenbaustelle läuft die riesenbaustelle läuft na da bin ich mal gespannt da bin ich mal gespannt na gut passt doch das passt doch gut dann wollte ich hier noch ein paar Lager Dinger reinsetzen dann nehmen wir aber machen wir mal einen Neuanfang hier zack so einfach mal ein paar Kisten hinstellen und gucken was passiert da da Fässer ist ganz wichtig unbedingt rein so hier noch hin zack zack dann Kisten ist auch in Ordnung Kisten hin Getreide setze ich hier mit hin Krüge so ist okay können wir hier noch ein paar Krüge hinsetzen so und was haben wir noch Kisten Kisten mit Kisten kommst du immer weit dann haben wir hier noch ein paar große Fässer können wir hier so hin stapeln so so ein paar große Fässer da schieben wir auch noch eins rein zack läuft vielleicht hier auch noch eins so hin so das passt da müssen wir hier noch ein bisschen Deko haben die sollen es auch ein bisschen schön haben und hier hinten brauchen wir noch ein paar Körbe das bedeutet ich muss hier ein bisschen scrollen runter zu den Körben zu weit weg zack 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 so und hopfen hopfen äh beeren da kommen wir hier machen wir das so so reicht schon dann kann das weg das kann weg und dann sollte das eigentlich im Prinzip reichen dann machen wir hier bauen so ja gut es schwebt jetzt ein bisschen aber ist der Schwerpunkt halt hinten aber zumindest haben wir das in der Richtung mal so ein bisschen geschafft hier gut dann würde ich sagen bedarf es hier allerdings noch ein bisschen Schischi was länglicheres ja guck mal das ist doch gut das ist doch gut den setzen wir uns hier so in die Ecke rein einmal und ein bisschen gedreht zwei das reicht das lockert das Ganze ein bisschen auf ja genau guck hin das ist doch schön gut das passt die Ecke da sind wir jetzt mal glücklich und ja sind wir glücklich gut jetzt brauchen wir noch irgendwie ich führe mal den Weg hier ein bisschen weiter so runterziehen hochziehen das war das ne ja können wir das nämlich hier schön ein bisschen ansetzen warte mal es gibt mir jetzt na da ist der der Zaun dann ne so nicht müssen wir mal ein bisschen anders machen müssen wir mal ein bisschen tricksen indem wir einfach jetzt hier so hingehen so das dann ein bisschen reindrehen so 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 und so so ist gut gut das lasse ich jetzt schon mal und zack zack ja besser das ist schon mal besser das ist schon mal gut dann könnten wir eigentlich hier wird gegessen für die besucher und so dann könnte man doch eigentlich das mal gucken lass mal gucken was haben wir denn da runtersteinen stein blockieren ausgestatteter stein nehmen wir mal den runden stein so dann die terrasse dann nehmen wir uns eine große terrasse eine große terrasse so die machen wir uns hier so hin so gegenüber so dann können wir den ein bisschen nach oben ziehen ja guck mal das wird doch das wird doch okay vielleicht ein bisschen weiter so passend zum weg hier so hin dann einmal die treppe haben wir jetzt hier keine treppe wir haben nur die schmale treppe snap du nicht magst du nicht snappen nö mag nicht gut wenn du die magst dann machen wir die so äh so und dann ein bisschen weiter wegziehen so haben wir okay das baue ich jetzt mal so das ist gut das ist okay das ist doch ganz nett hier könnte man noch ein bisschen gras wegnehmen ja dann nehmen wir noch ein bisschen gras weg vielleicht so in dem bereich den rest lassen wir zugewachsen so sollte doch eigentlich schon reichen oder das schaut jetzt wieder tof aus kann ich dich nachträglich nicht irgendwie hochziehen nein doch guck mal jetzt hat er sich angepasst du kommst auch so hin vielleicht noch einen tacken höher höher geht nicht ja dann machen wir die halt neu ne kenne jetzt auch nichts hallo treppe so da sollte rein so ein bisschen drehen ja jetzt ist gut da kommen die hoch da kommen die hoch so so weit so gut und damit das nicht so mächtig wirkt werden wir jetzt ein bisschen tricksen indem wir nein das ist am dümmsten wie mache ich das jetzt am dümmsten haben wir hier was in der richtung was passen könnte indem ich ganz einfach hier ein paar bäume pflanze so vielleicht so so ein bisschen gedreht so dann nehmen wir mal einen anderen baum die wir hier so reinsetzen muss ich mir mal angucken dann wie es dann ausschaut weiß ich jetzt noch nicht na komm runter so der form habe ich das noch nicht gemacht dann müssen wir mal gucken wie das dann wirkt so so weit so gut da schaut es ein bisschen leer aus das setzen wir einfach hier noch ein paar hin so und vielleicht hier noch einen recht nah so ich baue das jetzt dann schauen wir mal ja doch gar nicht so doof das ist so weit in Ordnung so gucken wir mal ob ich das noch ein bisschen besser kaschiert kriege indem wir einfach hier her gehen große Büsche schnappen und dazwischen drin einfach Büsche vollpflastern dann schaut es nicht ganz so nackelisch aus so so gut dann hier oben vielleicht noch hier so hin so das ist zu groß so okay bauen perfekt und jetzt das ganze noch noch schöner machen Mauer Hedge Hedge dann machen wir die Hedge neben hier hin so okay gut die Hedge nicht haben wir bestimmt noch eine andere Hedge oder genau gucken wir mal wie es da ausschaut auch nicht warum kann ich hier oben keine Dinger mehr hinsetzen Hä seit wann seit wann geht das denn nicht mehr das ist ja ganz doof das ist ja ganz doof wieso geht das denn nicht mehr ne ach komm ja seit dem neuesten Update geht es nicht ach ist das doof ach das ist ja doof da kannst du ja überhaupt keine Dinger warum das ging doch hier überall wieso geht es da auf weil man nicht mehr hä what the heck wieso kann ich da nichts mehr draufsetzen das hält nicht mehr hält da überhaupt noch irgendwas drauf lass mal gucken ähm bum 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 das wäre natürlich jetzt der Knaller das wäre der Knaller ne funktioniert nicht mehr ich kann nichts mehr draufsetzen oh jeder was ist das denn für ein Blödsinn was ist das denn für ein Mist Alter das ist ja natürlich jetzt mehr als doof ne Alter das ist ja total bescheuert kann doch nicht wahr sein oder ja unfassbar unfassbar dann müssen wir es so machen ok dann müssen wir es so machen und auf irgendein Patch warten eieieieiei ist das doof ne was ist das doof so dann Holzbank jetzt haben die hier wieder so ne komische Ausrichtung ich gehe jetzt mal davon aus dass die sich dann so hinsetzen oder komm wir probieren das mal aus ich probiere das erstmal an den zwei hier aus und dann sehen wir mal ob die sich da überhaupt draufsetzen ach das gibt es ja mehr als doof ach das ärgert mich jetzt aber schon ein bisschen das kann doch nicht wahr sein nur gut ist halt wie süß ne kannst du machen nix so ja hab ich richtig gedacht da hab ich richtig gedacht die sitzen so ja guck jetzt kommen die wieder von allen Ecken angetanzt und wollen da drauf ja ist das halt so dann ist es so halt hallo jetzt kommen sie wieder was bis der weg ist warum kann ihn das nicht so ach da ist das kann schon nicht wahr sein so jetzt aber jetzt hockt die Mutti drauf komm runter so zack dann das ganze noch ein bisschen vermitteln das ist noch einigermaßen gut ausschaut so so das dein das dein drehen so drehen dahin dahin und dann sollte man das eigentlich haben so 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 weit so gut jetzt kann ich dann die Dinger setzen zack und ähm was haben wir da gehabt da ne so 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 und so jetzt ist wieder alles da so haben wir ganz schön viel Betrieb ha gut dann können wir jetzt aber schon hergehen mauern können das ganze ein bisschen ein dödeln so äh hier wäre der Eingang dann machen wir hier zu hier machen wir zu so gehen wir hier einmal ringsherum na komm ähm ach ich sag mal wenn das mittendrin einmal speichert ne da ist ja ein echtes Problem so hier so rum da so rum und ich möchte nicht dass ihr hier durchlauft darum machen wir hier zu dann haben wir hier noch offen gut dann haben wir das schon mal ein bisschen eingegrenzt so weit so nett äh dann nehmen wir das Teil noch können wir das dann hier schön mit rein frieben na so 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 schieben das überall hier rein dann sollte der Zaun rausschauen das macht er auch ideal wunderbar da komm du noch hier so hin du so hin du so hin und damit hätte man es geschafft dann haben wir hier eine schöne kleine idyllische Ecke so weit so nett ähm da vielleicht noch ein bisschen was hin dekotechnisch dekoration was haben wir da lass mal gucken was haben wir da einmal das das ist schon mal gut das setzen wir hier so hin so bauen bitte und wir werden uns die zwei hier so gönnen so ja das ist schön na komm das ist schön sehr nice sehr sehr nice dann hätte ich aber noch ganz gerne doch jetzt mal ein paar Bäume die noch ein bisschen so drüber wachsen ähm was bist du eigentlich so was in der Richtung so das ist doch schön wenn wir jetzt noch ganz was schmales hätten so was da muss ich jetzt mal gucken dass die da noch laufen können aber sieht gut aus ich glaube das können sie indem wir das dann mal hier so hin machen hier so hin hier so hin so ich übertreibe heute ein bisschen mit Bäumen oder? kann sein und dann hier so hingesetzt so das reicht ja guck mal das ist doch ganz nett na lass mal ein bisschen weiter gucken schon fast zu gleichmäßig oder? mit den Bäumen ich bin mir da gerade ein bisschen unsicher ich würde sagen das lass mal mal ein bisschen das lass mal mal ein bisschen wirken so mit der Zeit so machen wir das so machen wir das so apropos machen wir das wir machen jetzt hier ganz einfach ähm mods und zwar fantasy mod wir stellen jetzt überall Bänke auf das machen wir jetzt in einem Rutsch durch das müssen auch keine besonderen Bänke sein obwohl hier könnte man eigentlich Steinbänke nehmen das ist soweit okay da muss ich sowieso noch mal setzen wir einfach mal eine Bank dazwischen so jetzt kommt wieder das bisschen zu weit das wird jetzt ein Gefrickel dann machen wir hier noch eine Bank hin zu weit weg lieber doch nicht lieber doch nicht dann hier noch eine hin hallo hallo dann hier drüben brauche ich auf jeden Fall noch eine Bank so so ist gut okay das war einmal das Bankthema hier unten die sollten danach eigentlich auch genutzt werden das ist okay dann können wir hier noch irgendwie Bänklein setzen dass wir den Bereich mal ein bisschen abdecken schauen wir mal was bist du hier wegblockiert möchte ich jetzt gar nicht hinschauen so Holzbank komm dann machen wir hier eine Holzbank hin so das wird ja auch noch alles ein bisschen schöner gemacht setzen wir mal hier eine Holzbank hin oder sogar vielleicht zwei so hingesetzt und wird auch gleich genutzt das ist gut und da ich den Bärensammler hier sehe bekommen jetzt die hier auch eine Bank hingesetzt ist nur die Frage wo eigentlich könnten wir warte mal ich habe doch hier schon habe doch hier schon stehen so guck mal machen wir hier machen wir hier zwei Bänkchen hin oder sogar drei so ist fein du kannst weg so dann haben die hier auch eine Sitzmöglichkeit dann müsste der Bereich jetzt eigentlich relativ gut abgedeckt sein ja wird auch rege genutzt das ist schön Steinbingen nicht so im Augenblick aber ihr seht es leert sich hier schon mal das ist gut ja das passt das ist schön jibbi ajo gut dann haben wir das doch relativ gut voll gekriegt die Ecke hier ohne dass das wirklich doof ausschaut das passt Küche haben wir jetzt auch das ist gut wir haben eine Küche wir haben das hier hier kann ich eigentlich schon mal anfangen das noch ein bisschen schöner machen mit den Wegen machen wir hier so sollte ich vielleicht das Neppen ausschalten dann schaut es ja gut aus so hier hin da hin das reicht dann von hier nach da und von hier nach da und dazwischen noch ein so passt gut schön 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 so weit so gut ja das passt ich würde sagen das passt ja das wird gut so und dann das ganze hier noch ein bisschen zumachen indem ich jetzt das nehme mache ich es jetzt da rein ja jo dann haben wir hier ein bisschen Weg alles ist gut okay fein ja das gefällt mir das kommt gut unser Kloster wird langsam wir ackern uns langsam hier in Richtung da hinten ich sehe gerade 28 Punkte okay so das nehmen wir noch mit was macht denn unsere Kirche oben so ja das dauert noch aber wird bestimmt schön das wird bestimmt schön das kann ich mir vorstellen das wird richtig schön fein fein aber mich ärgert es dass wir da auf den Dinger da nichts mehr bauen können das hat mich jetzt schon irritiert wenn ich jetzt mal hier so hingehe und wähle mal was aus irgendwas ist ja wurscht nehmen wir unsere Schubkarre hier geht's warum ging das da oben nicht wahrscheinlich weil es ist noch naja sagt mir jetzt gerade nichts warum das nicht geht ne funktioniert funktioniert keine Ahnung was da los ist ich weiß es nicht kann ich nicht sagen so gucken wir mal ähm hier läuft alles das ist soweit so gut nutzen die jetzt die Bänke hier nicht so ne im Augenblick nicht so aber mit den Bären liegen wir jetzt bei 385 Stück das ist gut jetzt hat gut was macht ja hier das nächste Problem ach schön die latschen jetzt davon alle ja das ist klar ok dann können wir ja dann doch hier die Bänke hinstellen da ist das so bevor wir da jetzt noch irgendwie groß rummachen ich mach mal lieber noch einen neuen Ansatz hier hin so Bänke 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 so 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 hier vorne neu hin so sollte ihnen wohl reichen dann vielleicht hier noch dann hin zack 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 so bauen dann haben die da auch ihre Bänkchen das sollte dann helfen ja guck hin dann müssen die da nicht so in der Weltgeschichte rumlatschen und das muss ich jetzt pöpö überall mal machen weil wenn du mit einer Bank anfängst dann musst du das durchziehen ob du willst oder nicht ob man da will oder nicht dann können wir eigentlich auch hier gleich Bänke hinsetzen wenn ich schon in der Ecke bin das mache ich jetzt aber ähm ja ab und zu machen wir das mal naja also ich fange jetzt nicht an und mache hier überall die Bänke hin sondern da wo wir gerade sind pflanzen wir einfach mal ein paar Bänke hin und dann ist das gut so hier schön hin so bleibt hier so hin so das passt ähm hier habe ich keinen Platz für Bänke okay doch eine eine kriege ich hier hin so das wird hier wieder zu weit okay das geht aber das geht würde ich sagen kann man hier eine Bank hinstellen da machen wir gleich zwei hin so dann nicht vergessen hier gleich zu löschen äh obwohl warte mal warte mal mit Rosenthal so das geht gerade noch so hier hin oder auch nicht so geht hier noch ein hin ja zack komme ich jetzt hier hoch ja komme ich jetzt setzen wir uns hier mal so ein hin schubelibub dann hier noch ein hin warten wir speichern schubelibub so hier bekommt natürlich auch eine Bank ganz klar warte mal so sogar zwei ich bin ja nicht so so dann können wir hier unten noch eine zum ausruhen für die Leute unterwegs so und so dann sollte das in der Ecke eigentlich auch passen dann können die weg und die kann weg dann können wir bauen so jetzt aber da sollten die jetzt eigentlich mehr oder weniger glücklich sein da 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 okay Fischerei funktioniert auch einwandfrei perfekt 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 da läuft jo dann können wir dann mal hier so weitermachen ne dann können wir hier weitermachen wir wollen ja die Bienenzucht dann als nächstes machen die würde ich wie gesagt gerne hier hinten hin ballern da muss ich jetzt mal gucken wie schaut es aus ich wusste es ich wusste es aber dann hätten wir gleich das ganze Ding ne ja komm gönnen wir uns gönnen wir uns und machen gleich mal hier auf ne so zack kommt das weg das lasse ich dafür machen wir dann hier die Tore hin so ne so jetzt gern so Spiel nein so dann gedreht so oder wir können es auch mal anders machen ne so einmal so und einmal na so so und dann hätte man den Eingang da hinten schon mal gesetzt und dann würde ich sagen geht es dann am Donnerstag gleich mit der Bienenzucht hier weiter das ist doch ideal vielleicht muss ich das hier noch ein bisschen anpassen muss ich mal gucken aber auf jeden Fall geht es hier dann zu die Bienen und Blümsche so machen wir das ok ok jetzt suchen wir bloß noch einen schönen Spot für ein Screenshot so beherbergen ok ok Ja, komm, machen wir. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, dann hätte ich ja gesagt, dann machen wir das so. Ja, das passt. Das passt. So, dann machen wir hier. Diesen hier. Alles gut. Gut, da haben wir ja wieder einiges zu tun. Da freue ich mich schon drauf. Und wir sehen uns aus diesem Grund dann am Donnerstag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und ein Abo. Das wäre nett. Das würde mein Herz erwärmen. Und deswegen sage ich jetzt auch an dieser Stelle dann Tschüss. Bis Donnerstag.